Ich glaube, ich brauche andere Waffen, vor allem gegen den Großen. Das ist schon ein bisschen blöd. Oder kann ich hier so einen Köder hinwerfen? Und dann irgendwelche Berglöwen oder so? Na, von da. Nur einer. Nein, 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 nein. Puh. Jetzt kommt der blöde Heli. Der sieht uns aber, glaube ich, nicht. So, nee. Der macht noch seine Arbeit. So, toll, der Dicke macht den Blatt. AK oder nicht? Ich weiß es nicht. So, der Heli einmal wieder. Ich warte mal, liebe hier. Ja, ich weiß nicht, ob der jetzt gefährlich wird. Na, ich hab da den MG oben dran. So, oh, da oben. Der steht auch nice. Aber auch gut getroffen. So, ja, nein. Mal schauen, ich hab ihn gestorben. So, Alter, fast gesehen. Den darf ich auch markieren. Nee. So, hier unten. Ah, der alleine, oder? Muss halt der Große noch irgendwo sein. Oh, wo kommen wir hier hin? Einmal einen Schleichweg. Okay, so klappt das auch, wenn man nicht so ganz unter Druck steht. Auch mit der Zielgenauigkeit. Oh, da haben wir zwei Stück. So, nur da. Ich sehe sie auf dem Map, aber... Wo die sind, ob die in der Schlucht sind oder so, weiß ich jetzt nicht. Ja, die sind, glaub, unten. So, haben wir nochmal so einer. Oh. So, ganz ruhig. Ich weiß halt nicht, ob der Boden vielleicht runterfliegt oder so. Also, deshalb ziehe ich meistens höher und dann treffe ich nicht. Kann ich mal stehen bleiben? Nee, und das war jetzt nicht auf dem Kopf. So, schauen wir mal. Granate oder so vielleicht dabei. Im Pfeil aber. So, wo lauft der hin? Dann war der nicht alleine. Okay. Das gibt's doch nicht. Ich treff den nicht. So, wo ist der? Irgendwo weiter weg? Kommt erst Verstärkung? Der eigentlich noch hier die Leuchtrakete weggeschossen hat. Alter, da hinten liegt ein Pfeil. Das geht irgendwie weiter. So, da drüben sind ein paar. Wir dürfen mal ein Köder hin. Nein. Verdammt. So, kein Tier, ne, ne. Und da kommt der Dicke. Na, schlecht. Hoffe, ich komme hier nach oben, ohne zu sterben. Vielleicht bringt es mir was. So, doch. Ein bisschen klappt schon. So. Oh, Granaten. Autsch. Ja, die hat gesessen. Wenn die da mehr hochwerfen, dann bin ich bald tot. Oh, da drüben auch einer. Irgendwann, hier fliegt er gar ein bisschen runter. Oh, sogar Headshot. Einen hinter mir. Kann der noch hochklettern? Ne, hier unten. So, aber das bringt nicht viel. Hab ich hier noch Schüsse? Ja, aber den treffe ich hier, glaub ich nicht. Ah, der Heli sieht mich. Ich schieße immer gegen den Berg. Der ist natürlich auch blöd. Autsch. Alter, come on. Der ist doch unfair. Ja. Ich hab gar keine Deckung. Ich hab da oben noch einer. Ah, das sind mehrere. Wie, wenn wir da irgendwas treffen? Autsch. Autsch. Der Heli ist schon ein bisschen doof. Mit den Heli hier runterschießen. Der Heli ist verdammt kacke. So, jetzt kommen sie wohl auch von der anderen Seite noch. Vor allem der Heli. So, ah, verdammt, ich hatte die Granate noch drin. Ich dachte vielleicht hier... Ja, das wird nix. Das wird, glaub ich, nix hier. Na, komm. Jetzt kann ich nicht sprinten. Weil er sich heilt. Meine Sauerschaff geht auch alle. So, dann halt... ...nochmal von vorne. Jetzt bin ich so schön durchgeschlichen. So, haben wir den Köder. So, kommt der einmal. Oh, der da drüben kommt ja noch. So, wie machen wir das jetzt? Der hat eigentlich einen Raketenwaffe. So, hab ich eine Granate. Leider nicht. So, leidend kein Erlaubnis zieht der Heli mich auch, glaub ich, nicht. So, ein Tier kommt. Oh, ein Bär. Okay. Lauf da einfach an mir vorbei, ey. Ja, jetzt kommt hier halt der mit dem Flammwacher. Der ist halt wirklich mies. Na, was soll ich gegen den anrichten? Oh, war fast entdeckt. So, ich kann's nochmal probieren. Aber ich weiß halt nicht. So, den da einmal. Da kommen die neben. So, nein! Ach, come on, nicht auf mich! Du, Trottel. Du, Trottel. Blöder Hund hier. No! Autsch! Das war natürlich auch blöd. So, irgendeiner hat, glaub ich, eine Raketenwaffe. Aber ich sehe ihn nicht. Ja, jetzt kommt der Heli einmal. Halt da. Hier liegt der. AK. Wow. So, wo ist denn der Heli? Ich sehe den noch nicht mal. Ah, Moment. Hier einmal. So, jetzt komme ich nicht hin. Okay. Wo ist der Dicke? Wo ist der Heli? Hallo? Woher sehen die mich? So, einmal erledigt. So, Alter, der Dicke da oben. So, perfekt. Und dann würde ich sagen, mit der AK weiter. Diesmal nicht schleichen oder so. Einfach rein. Den Dicken haben wir weg. Heli haben wir weg. Wenn nicht mehr so viel groß passieren. Den Köder einsammeln? Irgendwie nicht. So, ich soll hier links einreden. Oh. So, der hat ja noch einen Raketenwaffer. Freue ich jetzt aber nicht unbedingt. So, Muni mitnehmen. Luft mitnehmen. Und weitergehen. So, ich gehe wieder da nach oben. Das war eigentlich ganz cool. So. Haben wir Granaten? Nee. Keine Ahnung, wie ich die vorher aufgehoben habe. Die lassen wir mal liegen. Der ist da drüben ein. Okay. So, den da. Mann, ist so wenige. So. Oh. Ja, da. Darf ich den? Ich dachte, der ist schon rum, wo der hinten hat. Gehen wir nicht. Das ist perfekt. So. Ah. Noch nicht gestorben. Schöne ohne Deckung. So, das war's. Okay. So, na dann hoffe ich mal, dass der ja langsam Ende ist. Will ich nochmal von vorne anfangen. Aber es geht noch ein Stückchen weiter. Und ganz schön stell nach oben. Na ja, mit dem Berggipfel erreichen. Oh, 200 Meter noch. Und da nach oben. Also, die müssen wir hier rüber, oder? Ich kann hier runter und dann nochmal nach oben. Oh, Alter. Schreckt das Viech mich. Alter, wie ich so halb mir so viel aus. Ein ganzes Magazin, ey. Brauche ich von denen noch was? Nehm mal mit, weil ich überhaupt noch Platz hab. Ah, Beutetasche voll. So, was haben wir hiermit? Nach unten muss ich eigentlich auch nicht. Ähm, okay. Einmal hierhin. So, und wo sind die Gegner? Gar keiner mehr da, so weit oben. Ich glaub, da kommt schon mal irgendwo eine Truppe. Oh, es wird langsam klar. Oh nein. Nicht schon wieder einer. Das heißt, hier müssten wir noch ein paar sein. So, und bloß nicht runterfliegen. Oh, ganz knapp. Ich dachte, der fliegt einmal in den Berg rum. Nicht, dass er wieder von der Seite kommt. So, oh, schaff ich das? Oh, ich probier's auf einmal. Jetzt runterfliegen wär auch nicht toll. Wir haben noch grad irgendwo eine Einblendung. Ach, hier. Oh, okay. Einmal rüberschwingen. Okay, ich schaff' ich das wirklich? So, ein bisschen mehr. Wow. Okay. So, hier können wir weiterlaufen. Und hier können wir einmal hochklettern. Irgendwo hinter mir der Heli. Das ist natürlich auch nicht gut. So, und was passiert oben? Da sind doch sieglich noch welche. So, einmal hier weiter. Und dann müssen wir, glaub' ich, ganz oben sein. Hier ist niemand. Doch, einer. Der sieht aber nicht so aus. Es wird ja noch leben. Fliegen mit dem Windschrug nach unten. Ich hab schon einen, oder? Nicht, dass ich jetzt runterspringen und keinen hab. Hey, ich probier's. Okay, wie fand's das? Eine Fahrhilfe. Okay. Ach, dieses Lächeln sagt alles. Gut gemacht, AJ. Wenn Kürat endlich bei ist, kannst du das Rezept vielleicht komplett machen. Doch bis dahin, behalte es für dich. – Entschuldigung. Vielen Dank. –福 Europe – Untertitelung des ZDF, 2020